Quart kann sein. Ihr habt sogar fucking Mac-10-Loadout. Ja, schau her. Hast du Max-Level? 9. Was ist Level 9? Das ist der Luca-Loadout aus der Standard-Klasse. Natürlich, natürlich, aber Leute, da ist überall was drauf. Schau da, bumm, Fustle-Break, Barrel, Laser, was weiß ich mehr. Das kommt aber auch. Ja, aber das ist ein Scum. Das ist ein Scum, ja. Treffer musst du halt auch noch. Vor allem musst du aus der Hüfte in den Kopf ziehen. Bullshit, das hilft sowieso nix. Kopfschüsse machen nicht mehr. So, schieß halt. Wirklich? Hat sie einen Kopfschuss für dich zu Weihnachten? Update, da fordert Neustadt, hey, what the fuck, hey. Level 9 hat so ein Scum, ich sieh so. Ich hab jetzt mein Arnie fast fertig, oh, hinterher zu gehen, fertig mal. Öde. Okay. Wieso lag ich dir so lange, Mann, hast du sowas dann schon gestatten? Den Waffen-Bauplan im Meer, die Schade, den Wuster gibt irgendwo so an. Der ist für den Krieg, oder? Nein, ich glaub, wie immer ein MG. Fältig? Vertriebe, wie bei der... Zwei von XP, wo ist sie jetzt jetzt? Wie bitte? Nigel, beeil dich. Ja, ich kann jetzt nur mit dem Spielzeugang da zu starten. Ja, aber wir müssen nicht auf die Ecke 2. Ja, ich will mich, der Bootabcoming. Das Spiel ist überfordert sich ja selber, du musst Schade runter, dann kannst du die Loch sehen, wie ich Updates runter. Ja, dann selber schuld, Idioten. Ja, weil du das nie aufmachst, das Game, kann's. Aber ich kann nicht einmal schnell sagen, ich mach das Spiel jetzt mal schnell auf, wenn ich spiele, was so schnell programmiert ist. Die Schäder müssten nicht mehr nachdenken werden. Es ist schon wieder Doppel-XP-Wochenende, what the heck? Ja, hab ich ja gerade gesagt. Hab ich dir zugehört? Ja, aber ich habe mich gerade gemerkt. Ich kann dich nicht melden. Du musst schon in den Gumpi. We're Blacks. Ich glaube schon, aber ihr seht den ja. Ah, jetzt hat er gesagt. Ja, dann kannst du gleich mal eine Freundschafts-Song vorgeschickt haben. Ja, aber warum soll ich das was machen? Weiß ich nicht. Was ist denn mit der Ultra-Bauplan? Ach, nein. Die sind viel seltener wie die normaler. Die sind jetzt mit Coldplay-Kamer. Die schauen für mich, gell, als ob du das Bandel im Shop gesehen hast. Was für eins? Das erste mit dem Ultra, von der AK, diesen Ultra-Bauplan. Ja, der Rudi, gell. Was ist im Shop? Was? 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 Da wird AK auch schon, wie so eine Rakette. Ja, aber nur so nebenbei. Eigentlich müssten wir uns die Sweatshack kaufen, die Weihnachts-Sweatshack. Die schaut voll scheiße aus. Schaut viel geil aus, Mann. Ja, scheiße. Bist du deppert. Hat schon schlechte Sachen geben, muss man sagen. Echt so. Was für Weihnachts-Sweatshack? Ausgemäß, da kann erkannt werden. Alter, gibst du einen McTain, oder? Weihnachts-Bauplan, ist ja geil. Den fühle ich. Bleib, musst du auch mal eine Cash einspüllen. Oder die Sniper, die Weihnachtliche. Gib mir einen Skin für das fuckin' A49-Skint. Alter, die aus Eis, meinst du die Sniper? Die ist came to slay. Oh, die Schütte, schaut er wild aus. Came to slay. Came to slay. Wo sind die dabei? Also, came to slay, ich verstehe. Also, das ist ein Gratis-Bundle. Stimmt. Blut. Bundle anfordern. Alter, die Eingefrorenen. Ist das die SP? Das ist die, wo du meinst. Was war da? Warum hattest du mir das nicht angezeigt, die Füster? Nein, das ist wahrscheinlich nur, wenn du das Gold warst. Das hattest du mir gar nicht angezeigt. Die auch nicht, gell? Ja, weil mich abgeholt war. Ich hab's schon rausgefüstert, Mikkel. Das Gratis-Bundle. Was hab ich dir gesagt, das came to slay ist Gratis? Das war sicher... Nein, da anders. Eingefrorenenene. 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 Stellt sich sofort auf fucking Englisch an. Ich weiß doch nicht, was das ist. Frozen's. Frozen's Crystal Meth. Schmelzbombe. Da gibt's ja gar so ein Ding. Ich muss jetzt schnell hin. Kass. Ich glaub, ich spiel jetzt sogar die Sniper. Na, auf der Möps ist und so. Gehen wir rein, oder? Ich mag die Sniper nur schneller, was ist denn das? Hux. Du, die Odenweg. Du und Dei fucking. Du und Dei fucking. Du und Dei fucking. Sei denn so auch immer unkonfident. M2 aufzukommen. Mein Schaltämpf ist so klar. Und sein ist so groß. Das macht ihn mir so komisch. Guck, ich hab komplexe. Er hat so einen großen Schaltämpfer auf seiner Unie. Komplexe Dünne. Ja. Na, das ist die Autosniper, Nigel. Also. Aber die kann, die kann's eigentlich schon wild sein. Auf der Map, gell? Ja, scheiß drauf, spiel mal. Geh mal rein mit der, gell? Das war's, der ging auf ihr aus. Das war's trotzdem. Nein, das ist beautiful. Ah, die. Ja. Ich hoffe, dass es hier gibt heute. Oh, wild. Huh. Huh. Huh, die ist wild. Ja. Der startet's. Ach so, immer starten. Das ist ein Omega-Lol-Moment. Oh, die Stream-Spiegel facken sich sauer. Sorry, what the fuck. Du bist ein fack'n Drank. Ich hab am Anfang einmal nur die Autosn gespielt. Da hab ich jeden weggefistet. Ich hab auch noch lange die Autosn gespielt. Obwohl die eigentlich gar nicht mag, die Waffen. Die ist Hardcore. Da hast du jeden weggemeltet. Ich hasse die so. Das schießt so langsam. Das regt mich so auf. Ich hab ein Ultrastock. Weil ich am Anfang immer Hardcore gespielt hab. Aber jede erste Schuss ein One-Shot. So pew pew. Und den Monolith-Schaltempfer, den fühl ich halt richtig. Der schaut aus wie ein BBC. Allt wie der Ober, der Ober-BBC. Schaut aus. Oh mein Gott, da ist die Map. Geil, Leute. Du rufst halt einfach 160 Frames, oder? Aber du hast nicht die volle Auflösung bekommen So, das ist wild Das ist schon geil Alter, das ist leider super Ich bin weg, Alter Ich muss wissen, dass wir das Papier nachgeschüttet haben Das ist richtig anders Dunkel, schon wieder Tag und Nacht Echt so Du hast sicher 10% Hedgehoggenauigkeit Jetzt hat mehr durch die ALGB-Beleuchtung Die ALGB am Ausgleich Das ist der Overkill Da ist der Das wäre 1% Ja, impressive Das ist der 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 Welche? Neben einem Bürgerhaus? Irgendwo westen? Brauchst du schon nicht? Ja, ich hoffe nicht. Da hinten ist auch westen. Dann gehen wir da rein. Oh, da ist ein Pistol. Ich habe ja eine Pistole gefunden. Wo gehen wir denn hier? Ich darf gerne ein bisschen Leid mischen, hätte ich gesagt. Da drüben. Gehen wir da, wie geht das? Eigentlich möchte ich nicht ins Haupthaus gehen. Da landet er. Ja, gehen wir ins Haupthaus. Da haben wir bis jetzt immer schon schicken können. Die unten sind verfähig. Hier rein. Hoppen. Hoppen. Und? Es sind einige, wo ich markiert habe. Also kommt jetzt nicht mit uns. Ja, komm schon, komm schon. Geht da irgendwer Leute auf hier raus? Nur auf der anderen Seite, gell? Da hinten, da hinten, da wo du warst. Da hinten, da hinten, da hinten. Da läuft jemand nach. Ich bin gleich. Da hinten, da hinten, da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten. Achtung, warte. Schieß, du mir die Schrifte. Da sind welche hier oben. Ja. Ich rück weg, ich rück weg. Ich belebe mich selber. Ich rück weg. Ob ein. Ja, der ist nicht vor. Ich rück weg. Ich rück weg. Der war jetzt gefinisht. Der war da hinten. Auf die. Der war da hinten. Der war da hinten. Da hinten ist er. Hinter die Lüftungsdinge. Hottet er. Nice, nice, nice. Da hieb der uns. Auf den Turm. Ist es leichter. Auf den Turm. Halt den Track. Du meinst du hast einen Broker. Du meinst du hast einen Broker. Loader, Drop, Loader, Drop, Loader, Drop. Ja, aber der ist nicht. Er ist runtergesprungen vom Turm. Ich hab ihn noch mal getroffen. Er ist hinten gelandet da. Da tut sich was. Da landet ein Gehirn, welcher man ladet. Habe einen genockt. Der Wünssel dort. Habe einen genockt. Da kommt sein Auto. Oh, scheiße. Das Auto. Oh, scheiße. Nein. Da haben wir nicht. Ich liegt. Hopp zwei. Hopp den anderen. Instant. Oh, das ist nur einer. Alle dort. Schafft es nicht unbedingt. Ich bin mit ihm. Was ist es? Wie hat das Backen mein Auto gefüllt? Da fliegt er nicht. Oh, das ist ein Andere. Das ist ein Andere. Auf dem Tor. Ich habe mich vielleicht. Der ist auf mir. Der ist auf mir. Ich bin kurz relativ. Ich bin kurz ember. Ich bin kurzem. Ich bin kurz projet. Achso, da hinten läuft. Ja, da kommt da. Oh, f***. Bleib nur 1 Sekunden haben. So, es passiert nur 13, 12. Warum habe ich das gemacht? Das war so dumm. Hallo. Zeh, brauche ich. Okay. No way. Ich freue mich sehr. Kannst du aber nicht machen. Boah, das ist so krass, wie du da bist. Das ist viel über die Uhr auf dem Weg. Was sind wir gegen die Arbeit? Oh, ich mache. Kannst du blickieren? Du. Du. Aber jetzt spielst du. Wir sind nicht lang. Hier. Ah, setzt du mal zurück. Du weißt, was ist gut. Da hat er hier einfach 8 Freaks gehabt. Nein, du. Du hast 8 Freaks gehabt. Das war zu wild. Das ist zu wild. Ich habe Lux gehabt während die ganze Zeit. Ope. Hm. Bist du dicht? What do you mean? Alter. Die olden Mac 10 ist so krank, Alter. Wenn du die findest, das ist einfach wie so ein scheiß Laser, Alter. Egal auf welcher Distanz. Die Waffe. Die ist eigentlich frech. 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 Waffe. 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 Ja. 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 Die zäp yIrI2s sind mega ramp waterproof. ogo rich, was auch erziert? Passt ja Es ist konstant das Ding da Es ist ein Kranz, Mann Es ist ein Kranz, Mann Es ist ein Kranz, Mann Schuss, es geht wirklich. Geht wieder. Ist das drücken? Ja. Hallo. 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 Das wird jetzt hart, gell? Ach so, mit Sicht, du! Blau! Das sind wirklich die Blau! Auf und durch! Ja. Ja, du hörst nochmal! Der Hurensohn! Oh Gott, da sind ja viel, viel! Oh, Jesus Christ! Wir sind zunoben! Ich hab zwei Sekunden ausgeschaut, das war ja egal. Und der Markus nicht aufs Dock gegangen? Nein, ich bin mit dem ersten Stück gegangen. Das war ja immer, ich bin von ehemal kaputt gegangen. Ich hab das ja gesagt aufs Dock. Bin auf dem Dock gewesen? Nein. Natürlich. Doch, ich bin gleich runtergelaufen. Top. Der Typ hat sowieso abgegeben, Mikkel. Das war ja immer. Ich hab mir gedacht, weil der hat mich ganz schön weggläsert da und der Pistol. Ja, mich nehm ich auch. Sein Mate hat einfach eine Waffe gefunden oder gar nix gekippt. Und die hätten fast mit der Pumpgun über die Karte gehaftet. Ja, ich bin mit der Shotgun nochmal umgedreht, der hat mich sofort weggläsert. Ich war nicht mehr richtig draußen auf dem Dock, der hat mich schon weggläsert. Du Wilde. Ja, die waren gut die Runden, Jungs. Ja, die waren gut die Runden, Jungs. Richtig gezwickt haben wir's gewonnen. Ja. 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 Was ist das? Oh, was ist das hier? Kackflugrouten, Schöne. Oh, 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 oh. Oh, ich wusste, du geile Bierüster. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ach kacke 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 Ich bin noch nie auf dem Dach oben Ok dann leute ich hier drüben, wo der Mikael Glant ist F***** f***** Kacke Ich glaube, dass der Exit auch einen Eimer hat Der Wunschkühl hat Der Wunschkühl hat Der Wunschkühl hat, wenn er da oben legt Der Wunschkühl hat Glück Ja, wenn ich mir den schon anschaue Den hier und so Der Wunschkühl hat Mit der Autopunker und Wunschkühl Du musst erst einmal vergunnen Du brauchst gar nicht aufs Dach oben gehen Ich bin noch nie Wunschkühl Ich bin noch nie Wunschkühl Wir holen so'n Number One der Wunschkühl Ich bin noch nie zu dir Ich bin noch nie zu dir Ich bin noch nie zu dir Wollt ihr Hüßle Wollt ihr Hüßle Wollt ihr nur Wollt only Hatchits von oben Der ist bei mir auf dem Dach oder wie Ja Das ist nicht so ein Der leistet da oben Der weiß halt genau wo wir stehen Hinter und unter der Wand Komm schon Hast du den? Nein Ah, hier wird nicht finischen Ich bin schon wieder Schau Ich bin noch nie auf dem Dach Ich bin noch nie auf dem Dach Ich bin noch nie auf dem Dach Der Sprech wird auch nur kurz zu dir Posten! Scheiße! Ja, der bringt mir hin. 20 Sekunden, 19. Was sind die alle hier? Die sind weggelaufen, die haben sich das Lader abgekalt. Zwei, zwei weggelaufen. Ja, die haben weggefistet. Der ist weggelaufen vorher. Bringen sie ja wieder. Wir sind immer nur die Spasten auf dem Durchhinter. Weil er schüttet oder? Ja, der hat in chinesischen Zeiten. Das war nicht mehr der, der mich kommt heute! Nein, scheiße! Das ist so verwirrend mit den Armenier. Ich meine, du sind süß. Endlich, also wir haben das hinten fucking Flick schon am Start. Und der ist ja fucking eh immer. Der war der fucker. Ich komme gleich wieder. Zwei Sekunden, elf Sekunden. Ich lande wieder da und immer mal Zeit wieder. Das ist jetzt recht gewohnt. Der fisst musst du dann gleich weg. Den feiern fisst musst du dann gleich weg. Der fisst musst du dann gleich weg. Ja, Pistol. Habt ihr irgendwas, was so Pistol ist? Ja, da ist ein Pistol. Ja, da ist ein Pistol. Ja, da ist ein Pistol. Ist das wieder so ein Klasse wie letztes Mal? Ja, wo wir zugeschaut haben nachgefahren. Ja, da ist ein Pistol. Ja, da ist ein Pistol. Alter, da ist einer. Hast du den Pistol? Ja, er ist weggelaufen. Er kommt. Ja, der kommt. Leine, Leine. Das ist ein Leander-One-Hobby. Sagen wir nur. Schaffst du's, nicht beliebst. Na, der hat einen Mac-10-Kopf. Der hat einen Mac-10-Kopf, der wie gesagt hat. So schießt wir nach draußen. Ja, das ist ein Leander-Meister. Na, wie gesagt! Das ist ein Leander-Meister-Kopf. 121 Meter, ich glaube, du hast raus Ich komme, ich komme Immer nur die Ecken Lauter Das ist unser Weg, 10 von den Lauter Da läuft es schon irgendwann Doch, doch, doch Ich habe so viel Leid gerade WTF 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 Was war denn das? Na Da ist ein load WTF 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 Wkov W k W W W W Ja, ich hab einen Sniper, fang auf, ey. Hast du beim Kamm oder nicht? Boah, mein. Der Hurensohn. Wir sind ja doch verkämpt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, mein. Boah. Er war auch fett umgelegt. Ja. Da schau ich extra nur an die Ecken und dabei sitzt er auf dem Stubb und auf dem zweiten Biktum. Alter. Wuppe Haus sind's auch. Wo ist der andere? Oder war nur einer? Wir haben sich gegenseitig, glaube ich, mit einem Pistolen geschossen. Warum machen wir sowas? Ich glaube, das ist der Typ, wo die Ommelöffer... Na, der ist da rum. Wo, wo, wo? Bei unserem Haus. Ich schau, dass ich eigentlich im Zweig bin. Ja, ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Er hat ein paar Schacht gehabt. Äh, nein. Nein, Alex. Das ist doch klar, wo es klingt. Die sind alle auf dem Kopf drin. Die brauchen die für fünf Minuten, bis mein MGA nicht sind. Die laufen voll wie auf der Straße und dann draußen. Ja, ich bin da drin. Oder wir sind schon. Intens, Alter. Von wo hat der wieder auf dem Dock geschossen? Ja, auf dem Dock. Ja, auf dem Dock. Die haben wir geblieben. Ja, und in jedem Haus, dann zahlen wir. Ja. Cluster Ob er knüpft denn? Der ist ein Knie Ich bin ein Knie im Rücken Ich bin ein Knie im Rücken Ja Nein, 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 der war auf 2 Oh, da sind einige hinten Oh, ja da oben, haben wir doch geschehen Ich habe den größten Ich schieße nicht ganz oben Was ist das gerade intensiv da hier? Ich will mir die Abschlachtung nicht mehr Ja, ich muss auch wieder rot finden Ich habe gerade zwei vom anderen Haus hinten umgebracht Ich habe gerade zwei vom anderen Haus hinten umgebracht Ich habe gerade zwei vom anderen Haus hinten umgebracht Gibt es jetzt noch Platten? Nein, ich frage nicht, ich bin schon die ganze Zeit locker Okay, oder? Der Platten hätte drei Da drüben ist gerade jemand gelandet Braucht er drei Platten, oder? Hier kommt man ja Da drüben ist gerade jemand gelandet Au, 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 au Die beiden sind durch mich nicht Die beiden sind durch mich nicht Können wir weitergehen, ich mag hier gerade nicht bleiben Ja, aber wir müssen einfach zu dabei laufen, oder? Wir sind mal guter da zunehmen Wir sind mal guter da zunehmen So, oder? Oder schon Doch, doch, doch Also mal ein Pipikershaus Ich geh in die Richtung Pass auf, dass es dann viele Homies Ich hab schon blüht, du bist voll Ey, ich bin nicht da Du musst ja da drüben und drüben sein Ja, sollen wir gleich zum Loader gehen Wenn ich schon den schaut Ja, könnten wir eigentlich mal Gib mal einen rauf Gib mal einen rauf Wir sind schon voll weit weg, Alter Du musst nicht laufen Du musst schon mitlaufen Alter Oh, das ist doch Ja, du bist bei uns da gleich wieder Ja, dann hab ich ja wieder rausgekommen Was fährst du? Ja, ich bin klasse Du bist wieder draufgegangen Ja, nein Ich hab mich ausgeblühten lassen Weil wenn sie es 100 Kilometer wegsatzt Da bringt's nichts mehr Da hast du mir gesagt Wir gehen zum Line and Note out Ja, da ist jetzt ein Move Woher war schon ein Bogen gesagt Jetzt Ist irgendwo eine Küste Ist ja doch oder wahrscheinlich Ich komm Ich komm Du kannst da ein Ich komm Ich komm Ja Ich komm Du kannst es ja Wo sind da die Treppen? Ich komm Du musst vor auslaufen Ich komm 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 Das war knapp Wir müssen am Ufo entlang, Firi. Wo ist er am Ufo entlang, Firi? Ja. Jetzt schauen wir mal, wo sie muft. Der droppt einer bei uns, der droppt einer. Nein, das will ich, das will ich. Haben wir einen Munitionsschachtel irgendwo bei uns? Oh, da schießt er irgendwo nach oben. Beim größten Dach, glaube ich. Am Scanner habe ich gekauft. Oh, Einkaufswagen, weiß ich. Haben wir einen, da. Ja, die 400, was kann ich mir da kaufen? Die Schachtel. Da ist gerade einer, die Schachtel. Da sind Platten ohne Ende. Wir haben wohl die Schachtel gekauft da drin. Die Schachtel. Da sind zu viele Platten. Die Munitionsschachtel ist got like. Ich habe keine Munitionsschachtel. Da kamen von den Weg auf. Nein, andere Leute. Du hast eine Drohne über uns. Ja. Die Bündete Drohne ist in der Luft. Radar. Das hat eine Drohne über uns. Meistens sind ein Ding da drin. Meistens sind nicht in dem Ding da drin. Der Land ist da noch, in dem Haus ist er noch gehandelt Wenn er für die Uhr wegkommt, dann geht er weiter Ja, wir müssen da noch nichts sagen Ja, wir haben ja noch Zeit Die Zeit ist gut und schön, aber irgendwann haben wir keine Zeit mehr Ja, aber es bringt nichts, wenn wir jetzt da eingemaufen und dann in die Party kommen Wir wurden getrennt, in der Sicherheitszone neu sammelt Boah, ja Ich hab einen Geist genommen, gell? Ich hab sowieso immer Goss dabei Ich hab einfach irgendeinen Loader genommen Ich hab immer Goss dabei Ach so, ich muss auf hier, ich dachte, wir müssen dann so anfangen El, für Pico Da ist er rüber mit Der ist noch Nö Ich schau, wie ich ein Ding schmalken kann Bist du auf mich, oder? Ja, ich bin schon Ich bin nicht knapp gewesen Da haben wir irgendwelche Leute, da waren eh gehandelt Ja, das waren die da Das sollst du kommen, wir sind nochmal gehandelt Blast Ich geh jetzt raus, einige Wir sollten da weggehen, okay, da bist du Ich geh unten rum, ich geh unten rum Was ist denn zu Waffen gekommen? Da ist auch einer drin gewesen Hundertprozentig Nein, da war einer, den hab ich ja gesehen Das ist gemächt, da drin gefahren Wir haben uns Was läuft da einer drin? Bist du da oben? Ich versuch's Die kommen wieder auf, aber die haben gar nicht richtig Die kommen wieder auf, ihr müsst ihr den Lager nehmen Hopp, hopp, beide Kult Regen nur an der neue Etage, beide oben Von, vom Dach hinten, von Klaus Oh, nein Oh, nein Ähm, kannst du noch laden und wie willst? Auf und zu Ich bin billig killed, Wann Kuppe Wahrscheinlich, wenn ich droppe, gehen wir schon davon aus Das wäre dann sehr dick, das sei Aber Ich kann aber droppen, nein, ich kann nicht droppen Scheiße, Marco, kannst du auf und steigen? Nein, schon nicht Ich bin auf Wicke, du einen Ja, du steig auf Schaffst Ohohoho Ich muss so spielen, das bringe ich mich jetzt wenn ich auf den Kack Turm gehe Jetzt war Leid so dreckig weggehalten da oben drin Ich war schon auf der letzten Plattform, oben drüber waren Nummer 2. Ja, das hab ich gesehen, auf die hab ich auch die ganze Zeit einen gehabt. Es ist jeder auf den Turm gelandet, jeder. Da waren aber sonst keine mehr, ich hab die beiden gekillt gehabt, die anderen waren auf dem Tor hinten. Nein, da war über die drei Etagen drüber nochmal wer. Scheiß Raketenwerfer auf mich geschossen hat, der Huren. Der Huren Carlos. Dass so einen Rocket Launcher hat, in dem Moment. Haus. Der Schraudinger spielt das Cat von Tacos. Na ja, da gehst du dann auch schon. Aber irgendwie ist die Wettbewerder schon geil, irgendwie sein. Fortschon los. Ich find's schade, dass wir fast kein Gold war, wenn wir am Anfang gelbsten, dass wir ein Leben machen können. Ja, ja gut. Wir werden sich jetzt nur als... Wir sind ja gut. Wir haben einen Aimer in der Gruppe. Ja. Wir haben einen Aimer in der Gruppe. Ja. Das ist ja auch schon fast normal. Wir haben einen Aimer in der Gruppe. Da gibt's sogar so einen Sinn. Es ist ja ein Glück, dass unsichtbar wirst auf der Anette. Den haben wir schon gefixt. Den gibt's immer. Ja so, zum Glück. Das werden wir schon gefixt haben. Ja, weil das war ja ein Sinn. Da hat's ja am Schluss dann ein Board gegeben, die gegeneinander gekämpft haben. Und die waren alle um sich. Ja, da haben wir eine Aimer miteinander gespielt. Ja, da haben wir eine Aimer miteinander gespielt. Uff, das ist jetzt schon wieder mitten in der Sand. Fandertaus. Und so gut. Ach, da ist das so gut. Ja. Ist die Verpackt, oder? Ja, das ist sicher. Ja, das fickt mich schon wieder weg. Ich bin wieder komplett mit einem Ohrenschuh und gleich das Beigeflüsst. Okay, ich habe einen Ball, aber ich habe keinen Gegner. Ja, da kommt gleich noch einer. Ich bin wieder weg. Wie lange haben wir da? Was? 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 Ja, wo ist das? Das war los, fast. Es ist viel zu tun. Ich werde mit dem D sauber wegblasert werden. Bastard. Jawohl, ich bin weg. Kommt, oder? Kommt, oder? Ja. Pass auf, ich muss ihn schälen. Da liegt er noch, da liegt er noch mit Tango. Was ist das letzte Mal? Was ist das letzte Mal? Oh ja, bitte gib mir. War der instant da? Nein, er war gelungen. Was ist das letzte Mal? Ja, ich bin da. Oh, so über einen Prezi. Ich schalte den Haarsmöglichen. Wo habe ich es gehen? Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anschluss! Da muss ich mal schauen. Lange Titelteile in mir sind wir da schon gut. Wieder aufs Große, oder? Ja, nein, gleich oben in das Haupthaus. So wie wir das früher immer gemacht haben. Irgendwie droppt es aber ganz nah. Wir laufen draußen aneinander. Dann gehen wir gleich wieder auf, oder? Ja, gut. Seien da auch gejogt. Machen wir fertig mit deinem Mc10, du Wüchse. Danke. Jürgen, lass. Der hat gar nicht gewusst, was passiert. Hopp, Typ auf dem Dach, Typ auf dem Dach, Typ auf dem Dach. Ja, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich rück hervor. Im Haus. Ja, er ist ausgelaufen. Da ist wieder eingelaufen. Oiner, oder mehrer. Jupp ist wunderschön. Nein, er schießt aus da. Puh, der schießt aber gut. Nice. Gehen wir rein. Oiner landt hinter uns auf dem Dach. Der Typ ist fertig, der Typ ist fertig. Der Typ ist fertig. Deine Position. Bist er gefinischt, oder? Der ist gefinischt, der war Team Vibe. Okay. Hast du ein paar Dinge von dir aufgenommen? Ich hab gar nicht. Äh... Hast du mich aufgenommen? Äh... Der hat einen DM hergekauft. Du brauchst einen Platten oder was? Ja. Nicht in mir häufig. Denks plat. Ich hab's nicht mehr. Ich hab noch 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 mehr. Er hat einen irgendwie mitgeschehen gehabt. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Wo? Von der Tür raus. Da ist lang hinten einer. von der dritten von brettem haus die sind auf der anderen seite von doch ja oh fuck das ist der eimer 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 hinter mir die treppen hast du das ist der eimer der eimer der eimer der mit drei meter und so ein fixer ich hätte den sogar geschafft in dem facken däppenhaus ich verstehe warum der hinter uns einfach null steps gemacht hat der war die der war der eimer der war nicht mehr das problem gewesen der war nicht mehr das problem gewesen trotzdem der ist die treppen raufgerusht wie deppert ja und der super dann hast du dir eimer drei headshots gegeben geil der hat sogar auf seinen eimer gespielt der ist nicht mehr versucht sein verstecker das stimmt der hat in die nähe gezielt aber wir geschossen das ist immer ein schädel gegangen das ist ein wichser ich habe es genau gemerkt beim ersten mal warum ich drauf hatte das ist der eimer weil die neben einem millisekunden aus der deckung war das ist schon krass gewesen das ist sofort merkst du das ich verstehe nicht was da Spaß macht dann keine ahnung das war der typ den wohin den lobby versteckt ich habe auch gesehen weil das ist nicht zu nah der ist in den lobby schon nicht versteckt das verstehe ich sowieso nicht der in den lobby facken hilft vielleicht nicht oder so keine ahnung rechts war schön das war schon mal ein guter shot gewesen da haben wir wirklich das haben wir wieder gehabt das haben wir ganz gut gespielt im stärksten also eine flette wir haben imnuft den der ist der Ah, das war so eine gute Runde, wie es in die Epperkopf war. Das war echt stark. Ich glaube, das Haupthaus ist der letzte der falsche Weg aus Kunst. Was? Ich glaube, das Haupthaus ist der letzte der falsche Weg aus Kunst. Ja, ich weiß es. Aber wir haben heute hofft die Vorhinein. Bei den Kiemann sind wir über, oder? Nein. Die Kiemann hat einen Schlieren-Kunst, den wir auch zu weit kippen. Geil. Ich hoffe, wir haben einen Belieb. Oh, ich bin so ein Belieb. Oh, ich bin so ein Problem. Wir sind so ein Problem. I- Ich bin so ein Problem. Nöge-Ir. Nöge-Ir. Ich bin so ein Problem. Der Schild-Huhr und so ist aber stark, jawohl. Ja, da hat ein Rakett dürfen. Darky spielt doch drauf nicht. Das ist ja noch eine Uhr! Ja, der schaut nach hinten an. Schau den Juviumel auf, was mit ihm los ist. Du wilder, der. Der holt den meiner Fähne schon. Das ist halt irgendwie links der Fähne. Da, da, oi, der will uns gleich. Oh, die haben zickel in mich. Ah, da kommt die Eide! Jawohl, neul ist auch wieder hoher nahm. Ich weiß nicht, wie der Tobi das springen kann. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, wie der Tobi LMGs springen kann. Der Tobi ist einfach eine Aids-Person. Ich seh' einen Typen und der muss erst mit bis 13 bisschen im Visier hab. Nein, das kommt drauf an, wie du das ausgerüstet hast. Den kannst du so gut umbauen. Dann musst du halt dafür auf Range nichts machen. Ja. Da kannst du auch eine fucking Assault-Rifle hernehmen. Da wirst du immer besser dabei. Auf Range und auf Close-Quarter. Mhm. Ich find' das, ähm, die LMG-Rex ist eine wirkliche Püssel. Püsselbiss in die Chancen kommt. Ich hätte wenigstens mal einen Schuss abgeben können, keine Ahnung. Ich gehe mit der Nachden. Möge. Ja, ich finde was. Möge. Ich bin einer Scheiße. Ich bin einer Scheiße. Ich bin einer Scheiße. Pipico 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 Sper kiff Imシルク Pipico dass ich immer was gemacht habe. WTF man das? Du, wenn die nicht drauf waren, weiß ich eigentlich nicht. Ach, witzig. Stell dir vor, World War 3. Will wie ein I-Zong und dann schreit ihr in der Pong die Kriege aufeinander. Ja, sehr witzig. Why not? Ich hab mir den Deckel immer cringe, oder? Ja. Du sprachst, oder? Ja, das ist Spaß. Ja, da ist ein Kola. Und er ist Safe King. Das ist ein Kola. Das ist ein Kola. Ja, das ist ein Kola. Was ist denn hier? Ich kann jetzt noch ein Kola. Hier ist ein Miner. Hier haben die Fucht Geld. Da sind sie im Haus. Die sind neben dem Haus, oh Gott. Die sind gerade umgekehrt. Bei mir sind drei im Haus eingelaufen. Das war der Vorbild einmal correct. Bei mir ist keiner eingelaufen. Nein, im anderen Haus drüben. Wo ist denn der eingeschossen? Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da sind zwei, zwei Leid. Die sind dagegen gelaufen. Glaubt ihr mir noch? Glaubt ihr mir noch? Glaubt ihr mir noch? Glaubt ihr mir noch? Gute! Ich bin schnell. Gute! 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 ich hab mir gesagt immer der Gun hier auf dem fucking Sniper ich luchte wieder verlockst du eine weg OUlter! Fuckin Mini ist jetzt so stark wir haben ihn getwooshottet wir müssen verarschen von wo ist der mit Schuss? wir haben halt getwooshottet das war schon eine fitzwelt das war schon eine fitzwelt bei mir sind sogar noch ich kämpfe da ungefähr gegen alle ich kämpfe gleich wieder 20 Sekunden da liegt so viel Zeug bei mir wenn ich nach Hause das war schon eine die laufen nicht ich laufen nicht ich laufen nicht und mir läuft jemand nach zwei scheiss Schuss OUlter gleich warten da sind so viel Haken ist doch total egal geht gleich rein geht gleich rein mit einem grossen Haus muss doch irgendwo noch was machen da ist doch wirklich einer der kommt der hinten der ist doch gut der ist doch gut da ist doch wieder einer der ist noch der ist noch einer der beliebt den der sägt mich nicht weil ich nicht ganz schön bin ich habe nichts mehr ich bin absolut na passt 5 Minuten haben 2 Sekunden 2 Sekunden ich bin immer wieder der hat so den dummen Klaffen ich habe dir schon gesehen du warst noch Brasco schießt weg in Notablom und so Samstag er machten 2 Millie Ertakt 2 Millie Ertakt hat mich tot Scheiße er sitzt da immer nach er hat noch was da geraten wir haben tipo Pistols jo Er hat Luft Ich bin in dem Game dreimal gemeint worden. Ich versteh's ja nicht, wieso! Der war nicht, der war hinter dir. Der war nicht, ja, aber der andere... Da hab ich eigentlich schon gekauft, dass er einen Finish auf dich macht. Pusten nicht immer, das kann ich nicht trauen, ey. Fuckin' wichs, ey. Hätt' ihn gefixt, während er dich gefinischt. Das drittemal bin ich beim fucking Loader-Clown und ist auch schon hinter mir gestanden. Du, 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 instant tot. Ich kann ja immer die Zeit von der Pre-Law wieder verkürzen, dann muss das eigentlich... Dann kannst du da richtig back-to-back reinhusteln, wieso's... Komm nicht auf ihre... Missbraucht! Zment der Maxin Um-2 Oflange? Da nix der ausmacht. Ja, oder problem? Tschuldigung. Du bist schon weg. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, �ARD. Ich glaube, dass gerade die fucking halbautomatische, was ja immer, Sniper ist, war, gekocht. Und jetzt hast du mir aus 3000 Kilometer ins Gesicht gedruckt mit Outer Hüften. Ja, sehr süß. Ich bin halt so, ah, ich stehe zehn Meter vor mich. Ich wechsle überhaupt mit Sportwaffen. Weil die wahrscheinlich genauer sind ja so. Du brauchst da kein MP-Hüpfer, sondern du hast viel Sniper-Hüpfer. Oh, okay. Pee-Pee-Kampis. Du f***ing Fadenkreuz, so groß wie sein Bildschirm und dann hu 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 hu. Ich brauche mir das. Mhm, toll. Das will ja bereits schimpeln. Die Pre-Lobit darf nur 10 Sekunden, das müssen 10 Sekunden, nächstes Game, 10 Sekunden, nächstes Game. Das war so, hollit. Genau, ich bekomme mehr Sniper als erstes. Ich bin echt nicht bereit Ich gebe ihm einen Jagdschuss Oh, nebenan ist einer Cracked, ich bin auch cracked und hab nix mehr Ich geh ein Oben Erster Jagdschuss Okay, der hat einen Shotgun Nice, beautiful, beautiful, beautiful Beautiful Die schruddelt halt nicht aufgenommen Wie er fucking... Die war tasty So, wie er richtig gefühlt sich schon kann Der Wani hat den anderen unterlegt Jetzt läuft er auf Wie er pusht Wie er pusht 3, 2, 2, 5 wieder Das ist die ungefähr die ganzste Energie, die du brauchen musst Die zoomt ungefähr gar nicht ane Gzeug Isten Wir sind alle im ersten Stück. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sehen kann, das war zu sick. Ich probiere mich, dass ich auf dem Weg verhause entlande. Das habe ich gelohnt ja ganz gut. Ah, die Chattern sind. Außer der euch Glück gehabt. Aber überhaupt was ich nicht mehr. Ich gehe auch 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 nicht mehr. Nice. Ich habe ihn mit der Pistole. Ich lande hinten. Still. Das war alles. Ich bin auf dem Haupthaus. Ups. Jetzt läuft einer rein so schnell rum. Upp. Ich warte die ganze Zeit. Ich warte die ganze Zeit auf der Seite. Ich gehe einen Meter aus und dann können wir alle entdecken. Bumm. Das ist irgendwo eine Waffe. Mhm. Da hinten rechts neben der Tür liegt es noch. Bei dir oder was? Ja. Da. So warte. Ich will mal die anderen durchschneiden. Ja. Ich habe ihn gelegt. Da. 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 Wo bist du und ich. Wo hast du eingestellt? Die bin ich eingestellt? Ich habe ihn beim einstieg geklappt. Wir werden auch gejouft. Wo bist du denn hier? Von uns? Wir sind ja unter uns. Er droppen welche auf der Soct. Die müssen die Leute auf der Soct. Hinter wir! 1 ist oben unter uns laufen noch ein ganzes bagage 1 ist der funkel auf der ist direkt der ist tot da ist er noch unter mir pass auf so leichtes da drin da ist irgendeine mine drin also nicht eine lanze, da landet er noch nicht ich hab halt legit gar nix, ich bin blind gar nicht ich hab ein bisschen neuer die märmonie nicht einen auf das treppenhaus, da ist ja irgendwo etwas liegt der ist noch nicht tot er bleibt gleich wir brauchen andere Waffe ja, hier was ist das, was ist das hat er begonnen weil gar nix kann ich doch ein tankler auch geben 2 habe ich ihn gefunden Ich hab 5 Wo hab ich noch? Munition wird auch knapp Da sind zwei Platten Der von Biolabs muss aufpassen, der ist ein bisschen sass Magst du mir nur ein wenig Armoni trocken? Ich hoffe keine Glaubt schon Das sind besser, dass ich Kannst du uns nicht tun? Ja Ich hab ein Sniper Kannst du uns rutschen? Kannst du uns rutschen? Ja Er war da, da haben sie noch keine Tüben gekillt Ja und hat uns wie gesagt keine welche Das sitzt irgendwann mit keinem Wort Pass auf die Beine Der wurscht doch weiter Der wurscht doch welche Der wurscht doch welche Wurden wir da? Zahne drüge außerhalb vom Zaun Hat mehrere Gehen wir über rechts jetzt oder was machen wir? Rechts Da vorne bin ich Wo hat er geschossen? Im ersten Stück Im ersten Stück Können wir nicht jahrelang jetzt Wo da mal ein Küche viel drin? Der ist Mit dir der werden geschossen Aufwandern Aufwandern Ja da sind zwei Und Jetzt ist es okay Ohhhh Die sind jetzt mit mir Ja Da sind zwei hinten Ich bin gleich wieder Bin da Hier Ich bin Nevermind Ja Ja Alter Was Warte Das ist noch nützlich Ich bin verfolgt Ich hab nimmer gewusst, wo ein Healer aufversägt. Ja. Wild! Pfff, was ist denn das? Das ist unreal. Der Modestätigkeit. Ja. Da kriegst du da Brechreiz bei dir mal aus. Oh. 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 Was ist das? Puck. Wie schaut so wild aus? Pikachu-Hoodie. Der ist geil. Die legit, die Seiten. Ja, da hab ich schon einiges bestellt. Das ist laut Originals-Zeiten, entweder Nintendo-Pokémon oder so. Bescheidst du da öfters was? Ja, 3-4 Mal hab ich schon was bestellt. Wenn du was bestest, bestest du mich. Machst du nicht. Der ist geil da, den fühl ich. Leer noch feiert, bekommst du auch voll. Was brauchst du für Gäste? Das ist eine gute Frage. Fällt dir das größer? Fällt dir das größer? Wie noch El, aber der, also El ist schon echt anliegend so. Nein, da hat er nichts gesehen. Über zwei, das ist... Weil das ist ja eh ein schönes Bulli. Hm. 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 Baut doch nicht. Ich weiß nicht, wenn wir nicht zum Beispiel ausgelöst sind. Ich weiß nicht, dass wir einfach dort sein. Hm. Ich weiß nicht, dass wir nicht einfach dort sein. Ja, genau das war ein Maxi-Gin. Das ist einfach dort. Ich weiß nicht, dass wir nicht mehr aufgelöst haben. Ich weiß nicht, dass wir nicht mehr aufgelöst haben. Den holen wir zum Beispiel auszuwissen. Ja, das ist schon. Christmasswetter. Ja. Jetzt holen wir einen Chik. Das war's für heute. Okay, aua! Wo wurde? Im Haus die Mann. Die wurde trumpt. Ja. Oh, drab! Kann auch. Na, unten drücken wir auch nicht. Okay, wir sind nicht schlecht. Okay, wir sind nicht schlecht. Hinterm Haus fliegen wir nach unten. Komm. Oh, Alter! Wurensohn! Da läuft der echt mit zwei Schläge volle Rüstung bis da tot. Da sind zwei im unteren Schoss bei. Du hast den Kopf geüttelt. Du hast den Kopf geüttelt. Na! Ich bin nicht da. Ich bin wirklich da und ich seh am Boden. Ja, ich sind zu gut da drin. Ich bin zu dreitänzt da drin. Dann wird'sранser schagler wieder. Den Hulk finischt. Alter, den bracel ist zu stark, wot der fack ist denn der ist? Der bracel ist in seinen duplicate. Der ist in seiner duplicate, der heißt, hier Cobb. Der kommt hinterher. Ich hab kurz raus, schau aus. Der ist Weaststock. Der facken 2-Shuttle ist komplett voll. Ich habe den ersten Schloss ausweichen. Fuck. Ich will wieder. Was ist das mit dir? Lass mich jetzt oben auflaufen. Ich finde es knackig. Ja. Ich glaube, ich versuche hier nicht. F***. es ist lockst, was du für die nirgends denn ja, mir liegt mein nummer Kümpli wieder, kümpli wieder Back in action Vor der Litz umkehrt Nice What the fuck Hörn Da hat einer ein Wallheck Waaat Waaat Aber der hat einmal EIN drappchen Der hat mich im Turm gekillt Im Turm Im Einsatzgebiet sind noch 25 aktiv. Oh mein Gott. Okay, Aua. Nichts mit du verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Der schaut bei dem Finsteiner. Der hat den richtig harten Ball, der war nicht von denen. Ja. Das wurde... Boah, ey, da. Das ist so. 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 Ich lauf von dem Typen. Ich lauf von dem Typen. Wir kommen nur mit raus in den Gang raus. Die Kilke möchte ich sehen. Er war echt an dem Haus mit dem Keller, gell? Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Er dreht sich um und schießt mich einfach im Turm dort. Im Turm. Jetzt kannst du da nicht raus, Digga. Hast du mein Geld keinem geschenk? Nein, ich hab gesehen. Das war gut. Das war richtig Zombie-Mode, oder? Er lauft so durch den Tunnel und dann gehen wir seitlich zwei Gegner instant raus. Kann man so dreist cheaten? Jetzt glaube ich vorhin, Bigga, dann kommt nochmal andere und dann nochmal zwei. Ich bin so, wow, okay. Kann man so dreist cheaten? Jetzt bin ich schon. Man kann ja dreist cheaten. Aber so dreist? Muss traurig sein. Ah, grande. Boah. Das ist halt nur fast wie ein Zwitscheater zu sagen, wie ich bin. Das ist halt nur fast wie ein Zwitscheater zu sagen, wie ich bin. Warum schießen denn alle auf mich? Er lässt mich reinkommen. Doch, und alle schießen auf mich! Er ist halt nur drei noch, Trust imführer Leapt. Hier fl Propれない ab 그것. Ich rappelle uns eben, vor allem bieter. Ich schaff mir davon aus. Okay. oh ja Ja, wie viel Bissen! Viel Spaß, Geri! Letzte Runde! Ja, nach der Runde gleich. Dann war es nicht so schwer. Nein, aber nein, es ist nicht so schwer. Wieso, mein Team mit dem einen Trihal? Der Trihal ist nicht zufrieden, und er steht unter dem Taffer, und er ist nicht zufrieden. Ich mich nicht! Dass mein Team-Mate seine Einheiten in der Führung des Angriffs den Ballweiten den Ballweiten und den Ballweiten und den Giffen. Naja, egal. Ich weiß nicht, was mir lebt es gibt, ich weiß nicht, dass wir noch mal durchschütten. No, woher? No, oh Gott, woher? Ich brauche ein Weapon. Nein, in Brecht, danke, dass wir geholfen, was du hier müsstest. Ja, das ist nur ein Schuss drüber müssen. Oh, der ist schon wieder einer drauf. Ich bin wieder von oben. Das ist auf jeden Fall einer Glant. Wer ist denn Picker da mitgeschossen? Ich nicht. Wer ist denn da mitgeschossen? Wer ist denn da mitgeschossen? Das wird einer. Er ist aufgetaucht. Oh, das ist mir eine. Ah, oh, du bist down. Ach, komm mal. Jetzt pusht er perfekt von hinten. Das kunst du auch kommen zu. Oh, komm on. Wie der mich killt. Das ist so. Wie der mich killt hat. Das ist so. Wie der mich killt hat. 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 Hast du das gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen, weil ich es weggedruckt habe. Der hat einfach mal 100 Kilometer weg vom Strand unten irgendwo, hat er einfach auf die irgendwo random zwischen die Treppenstufen geschossen. Ja, ich habe mir gedacht, wie habe ich den jetzt getroffen. Gut, ich war low. Aber trotzdem. Der hat ihn nicht mehr gesehen. Da hat wahrscheinlich der Aimbot gerade richtig hart gamed. Boah, Alter, was ist denn da los? Ich habe den zuerst nicht verlassen, oder? Nein, noch einmal. Nein, das nicht mehr. Ich glaube, wir werden noch mal gebrochen. Ich habe nur ein Sandwich. Dann lege ich mich ins Bett. Und was? Dann lege ich mich ins Bett nach dem Sandwich. Das ist aber keine gute Idee. Schauen wir dann. Ich muss schon lange aufbauen nachdem ich das essen. Ah, moll. Sonst soll ich da nicht mehr als Bett gehen? Ich fühle mich aber leichter, wenn man sich verletzt und dann das Bett kommt. Das ist ja so gut, oder? Ja, aber das ist schon gut. Warum hast du das? Falls du doch nicht fest bist, alle Körper verschwaffen. Zwar nicht verblieben. Aber Leitwissen, weißt du. Nein, das habe ich schon lange nicht gemacht. Nein, Körper? Aber es soll ja eigentlich sechs Sekunden sein. Das war dein Besuch. Was? Was ist schon? Das war dein Besuch. Was? Oh, ich habe ein Wotob geschickt. Wer ist Christmas, du? Was ist der Wotob? Für Glück, ich bin weg. Ja, ja. Was? Leil. Leil. 1, 2, 3er. Mikl hat die Party verlassen. Unverkauft. Ich glaube, du bist vorgelegt, okay? Dann würde ich jetzt so los schicken. Okay. Du bist ja... Zutritt habe ich nicht, ja. Ich bin sehr gut. Ich halte... === Amit ... ... ... ... Das Kursziel lautet, das Kopfgänzen auszutalten. Das Kopfgänzen wurde ausgetaltet. Gut gemacht. Einige Drohne über uns. Das Kopfgänzen wurde ausgetauscht. Das Kopfgänzen wurde ausgetauscht. Das Kopfgänzen wurde ausgetauscht. Das Kopfgänzen wurde ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich das hier oben habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier oben habe. Okay. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Ja Ja Was ist das? 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 Der ist so geil, ich will Aber der ist auch da, oder? Wir sind da Wir sind da Was ist das? Obst, Gungle Was ist das? 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 Wenn die mich für 20 drin ist, dann verschließe ich mich. Frust Hexe ist scheiße, Frust Hexe ist die gute. Ich habe überhaupt einen Revent, da habe ich über 2 gespielt, 7 von 16 habe ich gesagt.